hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von star wars battlefront was willst da war stelle davon oder mit mir die man noch mal alles machen habe ich schon mal kann ich hier noch was anderes umstellen als du nein ich werde dich in streifen schneiden verfolge ihn attackiert den feind der jede ist verwundet grünschnabel verfolgung aufgenommen greift an ihr feiglinge zu verfallen ich komme gegen zwei scheißer nicht durch die anderen er in das ohnehin nur im weg Du wirst hier wieder reißen. Hast du gehofft, du kannst mich treffen? Du musst dich schon mehr abschrengen. Ich bleib kurz zurück. Haltet den Eindringling auf. Bleib zurück, ich schaff das. Der ist zu schnell für uns. Haltet genügend Abstand. Tritt uns jetzt alle um. So, der ist schon mal weg. Jedi getroffen. Jedi getroffen. Das ist schnell. Ich muss nur besser zählen. Du kommst an diesem Außenposten nicht vorbei. Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist gering. Nein! Beeilung, beendet die Sache! Ich hasse diese Dinger, ne? Unproduktiver Humanoid. Ich kann einfach keinen ordentlichen Treffer landen. Privialer Günder. So. Greif dich schnell an! Wir müssen dranbleiben! Hast auf ihn auf! Ihr dürft nicht die Nästen sein! Er hat nur Glück! Hat er Treffer! Er hat Schwerte verbrüllen! Mann! Wie soll ich denn da rutschkommen? Ich kriege dich! Er kommt! Zieh die Köpfe ein! Zurück! Ich habe einen Treffer erzielt! Nicht nachlassen! Er weist aus! Holen wir ihn uns! Alle verbündeten Einheiten am Boden! Ich kriege dich! Ey, wie so verkiebt ich das jetzt wieder? Zieh auf ihn an der Ene Seite, Fett. was gegen die habe ich verkauft wir werden euch alle eliminieren locker angriff ich werde getroffen aber die anderen zwei nicht du fürchtest mich, stimmt? ich werde dein Leid retten keiner muss ihn erledigen kämpft doch ich kriege ihn verschwächt ihn wir machen das an Disziplin der Jedi ist in der Luft abgelenkt attackiert den Feind Mann ey hierher Kumpel die Kumpel ich habe da keine Chance gegen vorstoßen ich brauche eine Sekunde ich brauche eine Sekunde ich brauche mich stell dich der gehört mir ja ey dieser Jedi ist clever wir werden euch alle aufstöbern ich bin getroffen Sie werden alle Verräter auslöschen. Reinschließen. Wir werden euch alle eliminieren. Er ist schnell. Verfolgung aufgenommen. Wir werden dich besiegen. Meine Fresse, schmeißt doch das Lederstädter dahin, wo der auch ist. Und jetzt lauf nicht zu dem hin. Meine Fresse, ist das eine Scheiße hier. Ich werde nicht scheitern. Urhalte Jedi-Tricks. Deine Schläge sind schwach. Was das? Endlich. Ich werde hier nicht auf Ausruhen gehen. Nein. Du machst das schon, BD. Da unten steht schon wieder so ein Scheißer. Ey, ich habe Schiss, wenn ich hier auf Ausruhen gehe, dass ich wieder gegen den ganzen Kack hier kämpfen muss. Nein, zum Glück nicht. Der Jedi! Er ist im Verhörflügel! Und er ist tot! Roger! Komm zurück und Trenz messen, Alter! Ich brauche Verstärkung! Uff! poop! Wir müssen raus spielen! Ich fühl' Doe ein Korvenkopf nicht. Wir haben ihn erwischt! Er hat eine gute Outwehr. Bitte. Nein. Da oben kommt es. Lauf doch die Scheißdreppe hoch, ey. Ich bin in der Nähe, aber hinter einer Panzertür. Da muss eine Konsole sein. Mein Fresse. Hab sie. Das war beeindruckend. Wie fühlt ihr euch? Sorg dich nicht um mich, wir haben eine Aufgabe. Aber es tut gut, diesen Ort zu zerstören. Hier hielten sie uns gefangen. Ich wünschte nur, wir könnten noch jemanden retten. Tut mir leid, dass wir herkommen mussten. Mir auch, aber wir hatten nicht wirklich eine Wahl, oder? Ja, verstehe. Gehen wir weiter. Ja, bringen wir es hinter uns. Die Spur von Frilla? Nein, noch nicht. Das Holocron wird in der Verhörkammer aufbewahrt. Das ist der sicherste Ort in der ganzen Festung. Ich öffne den Weg zum Holocron. Geh zum Holocron. Ich lenke die Verstärkung ab und stoße dann zu dir. Wo ist das denn? Nein. Boah ey. Ich habe ein mieses Gefühl. Geh näher an uns. BD1. Du bist ein echter Freund. Was habe ich noch nie gesehen? Fortschrittlich, selbst für das Imperium. Wir haben sie gebrochen. Vollständig. Und auf die dunkle Seite. Ausruf. Okay. Hm, ich habe noch ein verrücktes Gefühl. Das ändert überhaupt nichts. Das ändert überhaupt nichts. Okay. 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 die Hüi Hüi Das wirst du bereuen Die Hüi Ey, wieso? Mach dir das weg Ja, merke ich auch langsam Als wenn ich die nicht einmal getroffen habe Was war das jetzt? Jetzt nicht wieder Boah, ey Ja, vielen Dank fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal, ciao Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.